Suchen Sie nach einer Lösung für verstärkten Internetempfang? Willkommen bei der Falcon IP65 4G Combo. Die Falcon IP65 ist für alle Mobilfunknetze freigeschaltet, sodass Sie einen Anbieter wählen können, der am besten zu Ihren Bedürfnissen passt. Sie können zwischen einer Prepaid-SIM-Karte oder einem Vertrag wählen, der es Ihnen ermöglicht, Ihre SIM-Karte zu nutzen, ohne Ihr Guthaben aufladen zu müssen. Die Einrichtung ist einfach. Die Antenne kann mit den Saugnöpfen an jeder glatten Oberfläche im Innen- oder Außenbereich angebracht werden. Wählen Sie Ihre Stromversorgung. Der Router funktioniert mit 12 oder 24 Volt über das Zigarettenanzünderkabel oder mit 240 Volt über den Netzstecker. Wenn Sie die Antenne außerhalb des Fahrzeuges anbringen, führen Sie das Stromkabel durch das Fenster. Suchen Sie auf Ihrem Endgerät nach dem Falcon 4G Router in den WLAN-Einstellungen. Stellen Sie die Verbindung her und geben Sie das Passwort des Routers in Ihr Gerät ein. Jetzt sind Sie verbunden. Die Falcon EP65 4G Combo-Antenne verfügt über einen Ethernet-Anschluss für eine schnellere, kabelgebundene Verbindung zwischen dem Router und Ihrem Endgerät. Lehnen Sie sich zurück und genießen Sie Ihre Internetverbindung. Das Leben leicht gemacht dank Falcon.